sein können nun ist der rassistische Kater das wird eine große schwere Aufgabe hier ist ein großer Bereich voll mit ja aber das hier kenne ich noch mia aus dem biotische partnerschaften sind scheiße mia wovon redet er das ist nicht Professor Tennis Miau er wollte bestimmt damit den Ausländern eine Chance geben Miau ich hab noch ein Echo es tut mir so leid Sabedon hat es befohlen sie sagte es wäre gut für alle dass nur ihre Infektion die Kammer retten könnte es tut mir leid meine Hübschen aber ich muss euch laufen lassen zum Wohle von uns allen ab in die Freiheit meine schönen biesterchen ab hinaus in die Nacht ja das ist alles romantischer bullshit mia das ist so romantisch ich vermisse die die Echos von Tennis ich nicht Miau Tennis Echos waren so wunderschön das hier ist so gefühlvoll ich fühle mich berührt ich nicht Miau es berührt mich mich nicht Miau aber mister rassistischer Kater sie dürfen auch nicht berührt sein Miau rassistische Kater werde nicht berührt siehe sie ungeziefer töte sie die Gehirne dürfen nicht verungeziefern was ist denn hier los Miau ungeziefer müssen wir töten mister rassistischer Kater nein sie wissen bescheid nein Miau holt die Schnauze Miau können sie etwa meinen französischen Akzent nicht leiden ich habe eine Eko gefunden Miau mein Projekt aus Gehirn infizierendem ungeziefer eine Freude für die ganze Familie zu machen ja ist gescheitert in die Freiheit entlassen haben sie ihren natürlichen Instinkt Hüllen anzulegen wieder entdeckt und da sie Fleischliebhaber sind Verzeihung da sie eine Spezies von nervenfressenden Parasiten sind infizierten sie im Alltempo die ganze Sektion sie sind also die Infektion von der Sabadon gesprochen hat sie hat mich hereingelegt ich leite die Quarantänemaßnahmen ein solange ich noch kann Miau das ist doch alles Bullshit er hat uns alle gerettet Miau gebt ihnen einen Orden dafür gebt ihm einen Orden nicht nicht brauche noch Eko Miau davor schließe ich die Mission nicht ab Miau nein aber ich will schon mal ein paar dieser Scheißdinger kaputt machen nein wir müssen dir eh erst einfrieren nicht wahr irgend so etwas war da doch Miau diese Insekten sind wirklich sehr ekelhaft Miau wir könnten auch damit es nicht zu lange der Ort offscreen danach suchen nein Miau ok ich war nur ein Vorschlag nein Miau aber sie drücken ja nicht nein Miau nein ist ok nein Miau ok nein ich habe eine Eko gefunden oh oh hold on Miau oh what the fuck not again what PC PC shit oh McEffy you fucking asshole you fucking fucktart you motherfucking asshole I come with my bitch muscle gang and we go into your town and fuck you all your brother mother mother echo das war ein sehr aufschlussreiches echo wissen sie McEffy hat meinen Computer herunter switchen lassen weil McEffy toll ist ich habe gehört sie haben auch schon solche Erfahrungen mit McEffy gemacht nein nein nicht ich verwende kein McEffy Miau gut gut dass wir drüber gesprochen haben und jetzt lassen sie uns ich hatte nur einmal Avira Avira und das war total scheiße weil es hat alle Downloads gestoppt Miau genauso scheiße Avira welches Antivirenprogramm haben sie jetzt? Norden seit Jahren Miau Norden das klingt gut sollte ich mir merken ich brauche auch wieder ein Antivirenprogramm mein Antivirenprogramm ist Jahre alt Miau beziehungsweise ich habe eigentlich momentan ich weiß nicht ich bin auf der Suche ich habe eigentlich momentan überhaupt kein Virenprogramm das was eigentlich nicht so gut ist aber Miau dann denkt man sich immer so okay ich hole mir dann bald ein neues Virenprogramm aber äh nun ja man macht das dann irgendwie doch nicht es ist so eine Sache die man immer vor sich her schiebt weil man denkt das wäre nicht so wichtig aber Kinder denkt daran Antivirenprogramme sind wichtig und uns fällt einfach Fick das Echo Miau Gott verdammt wo könnte es sein? irgendwo in diesem Haufen Schmodderschrott irgendwo hier es kann gar nicht woanders sein Lasslo wo versteckst du dein letztes Echo du darfst nicht nach oben gucken sondern du musst auch unten gucken in die in die Schrotthaufen ich gucke auch Miau ich gucke überall Miau gut gut selbst in die schmutzige Ecke ich hasse die schmutzigen Ecken aber ich tue es trotzdem Miau ja die schmutzigen Ecken sind schmutzig ich weiß aber äh au revoir wir kommen da nicht drum herum wir müssen die schmutzigen Ecken erkunden um dieses Echo zu finden oui oui Miau eine wichtige Lebensaufgabe ich frage mich ob dieser äh Greves äh es damals gefunden hat das Echo ich frage mich ob er es damals gefunden hat nein Miau meinst du nein nein Miau warum denkst du das weil Baum Miau weil Baum oh François das ist eine eine rassistische Äußerung von ihnen Miau genau das meinte ich Miau Miau wenn sie nicht gestorben sind dann Bauernhof Miau eines Tages kam aus dem Himmel ein kleines Welpenhühnchen geflogen ich heiße Welpen Miau dieses Welpenhühnchen trug den Namen Miau Juchala in Ostene Och Zisken Och Stegel und Es wurde von allen gehasst weil niemand diesen Namen aussprechen konnte und wurde hingerichtet und geschlachtet Gut Ende der Geschichte Miau Hat ihnen die Geschichte gefallen? Nein Mir auch nicht Ich hasse Geschichten Ich auch Miau Ich hasse es auch Geschichten zu erzählen Ich auch Miau Derjenige der die Regie in diesem Let's Play führt hat mich dazu gezwungen Er zwingt mich auch dazu die ganze Zeit in diesem total dämlichen französischen Akzent zu reden Wer ist dieses Arschloch? Miau Ich weiß es nicht Miau Er arbeitet für die Assassins Now Miau, was interessiert mich die Assassins Now? Miau Ich weiß es nicht, das hat sich gereimt, das war viel interessanter Miau Mr. Pazzi, ich glaube wir sollten wirklich offscreen nach diesem Echo suchen Nein Wir sind jetzt schon sehr lange hier unten Mir egal, Miau Irgendwann werden wir so wahnsinnig wie Laslo Ich möchte das Echo dieses Mal auf jeden Fall suchen und finden Vorher will ich diese Mission nicht beenden Miau Gottverdammt, wo könnte es bloß sein? Wer denn dieser Krives weiß wo es ist und denkt sich die ganze Zeit Warum gehen diese zwei Idioten nicht daran vorbei? Miau Ja, genau, das denke ich mir auch Ich könnte auch den Telefonjoker machen, Krives einfach anrufen, haha Miau, bitte nicht Nein, mach ich auch nicht Er hat besseres zu tun, weil ich Wo könnte dieses Echo sein? Hier in diesem letzten Raum waren zwei, deswegen gehe ich davon aus, dass hier in diesem Raum nichts mehr ist Also muss es irgendwo in dem mittleren Raum sein? Oder ich weiß nicht Eventuell hier in diesem Haben wir hier in diesem, in diesem Gang, in der Mitte, haben wir hier ein Echo gefunden? Wo? Hier in diesem, hier Nein Hier haben wir kein Echo gefunden Dann könnte die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass hier ein Echo rumliegt Aber wow, wir haben jede Ecke durchsucht Ich habe alles durchsucht, Miau Verdammt, das kann doch nicht wahr sein Dieser Mann versucht uns reinzulegen Ich wette mit dir, wenn wir dieses Echo am Ende finden, dann werden wir uns die Hände an den Kopf fassen Wie wir das übersehen konnten Das hier haben wir schon gefunden Ja Verdammt Wo? Wo? Miau Wo könnte es sein? Da nicht Da nicht Hier vorne vielleicht In diesem Zimmer? Nein, Miau Unter dem Bett? Nein Aber hier ist doch Unmöglich, oder? Meinen Sie hier? Ich denke nicht Ich will Leuten wehtun gerade eben, Miau Verdammt Wir müssen irgendwie unsere Wut abreagieren Es ist Eine sehr relevante Möglichkeit, das zu erledigen Also hier in diesem ersten Raum, denken Sie, ist gar kein Echo? Dort habe ich schon alles gefunden, Miau Nun Mr. Patze, was wäre, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte das letzte Echo gefunden? Miau Dann will ich es mir kurz angucken, Miau Auf jeden Fall Hier hinten in der Ecke Miau, wer kommt denn auf die Idee hier ein Echo hinzulegen? Miau Laszlo Miau Töten wir noch diese Typen, bevor wir es abspielen Miau Was zur Hölle ist das für eine ungenaue Waffe? Ich treffe hiermit überhaupt nichts Miau, sie sind alle tot Wow Okay, let's go Knochen, kneten, Fleisch, beißen, ich hab so Hunger Meine Hübschen sind mit Gehirn infiziert Nein Das ist nicht hart Und treffend sind ja wohl steppern Diese Echoes haben uns jetzt viele Background-Stories gegeben Jetzt wissen wir auf jeden Fall mehr Miau Was? Ich werde Laszlo töten, Miau Das ist jetzt sicher, Miau Stopp die Invention, lass die Pestilenz platzen Irgendwie funktioniert das nicht, Laszlo Mit den Händen Schnauze, Laszlo, Miau Lass sie knallen, lass sie aufplatzen, dass es nur so spritzt Setz deine Arschbombe ein Miau, das ist doch nicht geworden Irgendwie Irgendwie habe ich das Gefühl, in meinen Servus krabbeln kleine Insekten rum Es klappt nicht, hm Seht die Brise, spür den Regenbogen Vergib ihr niemals, lüfte die Luft Miau Sie, sie ist schuld, Ehrenwort Sie schnauchen, keuchen zwischen meinen Ohren Nicht, lass die Infektion nicht länger atmen Äh, Miau Das reicht, du hast die Infektion gestoppt oder so, kommt zurück Äh, genau Wir haben die Infektion gestoppt oder so Ist ihr nicht gut? Ich weiß nicht Warum machen wir eigentlich das, was uns dieser Vollidiot mit den Maden zerfressenen Hirn sagt? Weil er einen Masterplan hat, Miau Weil er der Questgeber ist Ich esse für mein Leben ja Menschen gleich Ein Jammer, dass ihr nicht noch länger in der Marinade liegen konntet Ihr wäre noch viel leckerer gewesen Ja Wir sind 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 Diese Infektion zu stoppen Wir haben sie gestoppt, Miau Ich glaube nicht, dass wir sie wirklich Wir haben sie gestoppt, Miau Okay, gut Dann, äh, würde ich sagen, holen wir uns einfach das Geld, das wir, mit dem wir eigentlich hier sind Sie schlingelt durch meinen Kopf, befehlt dem Körper, doch wir dient ihm, hm, es hier hat mich jedenfalls mit einem Fleisch bedient Miau Nun Das war ganz offensichtlich Unoffensichtlich Ich habe einen Skin, den ich schon freigestaltet habe, Miau Ich habe einen Skin, den ich schon freigestaltet habe, Miau Den kannst du da haben Zum Verkaufen Zum Freischalten, mir egal Blackbox Oh, Blackbox, das klingt so wie ein schwarzer Skin Schwarze Skins sind gut Miau, ich habe noch einen Skillpunkt, den ich setzen kann, Miau Was mache ich jetzt damit, Miau Hm, habe ich irgendeinen Granaten-Mod, der irgendwie... Nein, nein Total irrelevant, einfach nicht beachten Oh, was ist denn hier los? Hier sind ja auch noch Infizierte, ich dachte wir hätten das Virus gestoppt Miau, haben wir auch, das sind die letzten Überlebenden, Miau Ah, okay, jetzt macht das auf einmal alles Sinn Miau, folge mir Folge dir Folge dir Miau Mein Wurm ist frei